So, 23.10.2010. Wir befinden uns auf der Schnarcherklippe. Das kann man wieder über einige Leiterkonstruktionen hier oben erreichen. Da kann man meinen Schatten sehen. Hier oben hat man wieder einen wunderschönen Blick zum Brocken rüber. Man kann sehen, da ist noch der Schnee oben drauf. Jetzt kommt der Wind wieder rein. Wenn der Blick weiter rüber geht, liegt dort unten Schierke. Dort haben wir die Beerenklippe, die Leistenklippe, der Erdbeerkopf und da haben den Arendtsklippe. Dort drüben haben wir auch wieder den Wurmberg. Zum Gipfelkreuz kommt man glaube ich nicht. Und dort noch eine schöne Sicht Richtung Westen, Richtung Südwesten. Und vermutlich wird in die Richtung der oder wird das der Barenberg sein. Das ist das nächste Ziel. Wollen wir noch mal sehen, ob wir dann diese Stempelstelle hier nicht aussehen können. Das ist wieder eine Stempelstelle der Harter Wandernal. Das ist die Stempelstelle 14. Die befindet sich dort ganz unten.